einen wunderschönen guten morgen liebe traderinnen und trader an dieser stelle und damit herzlich willkommen im donnerstagswebinar mit den handelsideen heute im britischen fund kann dollar dollar also us dollar japanischer yen und us dollar mexikanischer peso das sind die charts die ich heute herausgesucht habe wo interessante situationen sind an der stelle werden wir hier gleich direkt hinein schauen noch ein kurzer technischer hinweis hier vorab guten morgen ludger für all diejenigen die live zuschauen und das auch über go to webinar tun wollten sie schauen jetzt die aufzeichnung hier bei go to webinar gab es heute morgen irgendwie ein technisches problem so dass man sich nicht einwählen konnte ich hoffe dass es bis morgen wieder behoben wir bitten da um entschuldigung manchmal können wir der technik halt auch nicht einhalt gebieten wenn wir davon drittanbietern abhängig sind das passiert sehr sehr selten aber es ist passiert ich hoffe morgen geht dann wieder alles und bitte um entschuldigung für die unannehmlichkeiten an dieser stelle so nun zurück zu den heutigen handelsideen hier die wir besprechen vorab allerdings der risikohinweis der handel mit devisen und cfds auf margin kann zu verlusten führen wilfried einen schönen guten morgen der kann zu verlusten führen das kann dazu führen dass sie ihr investiertes kapital verlieren das ist ein risiko wichtig dass sie auch wissen dass was wir hier besprechen sind reine meinungen meinerseits die gelten natürlich auch nur zur veranschaulichung und weiterbildung heißt also keine handelsempfehlung also damit der risikohinweis besprochen und wir können direkt in die ganz normale tagesvorbereitung hineingehen wir starten mit den tagesnachrichten wir hatten heute um acht uhr die handelsbilanz in deutschland die war leicht unter der prognose das heißt der überschuss war nicht ganz so hoch ich schaue noch mal ganz kurz in system rein wir hatten hier die prognose bei 18 und wann war mal bei 17,6 billionen also etwas drunter wird den herrn tram folgen wenn er solche zahlen entsprechend hört gut was gibt es heute noch heute ist der tag der fomc beziehungsweise der fed wir bekommen um 20 uhr heute mal ausnahmsweise am donnerstag bekommen wir die informationen hier seitens der fed die zinsentscheidung man geht nicht von der zinserhöhung aus wichtig ist wie immer wenn die fed auch tagt was wird denn drumherum erzählt ich kann mir vorstellen dass der sinkende ölpreis hier etwas entspannung in die ganze inflationsgeschichte bringt aber ja wir werden hören was die fed entsprechend ja heute abend um 20 uhr hier mitteilt was gibt es noch im laufe des tages es gibt um 10 uhr den monatsbericht der ezb auch um 10 uhr dass die eu wirtschafts prognosen und um 14 30 aus den usa die erstanträge auf arbeitslosenhilfe und dann sehen sie hier unten noch den was der bericht der was der bericht ist hier der monatliche bericht im bereich agrarrohstoffe das heißt da wird geschaut wie angebot und nachfragesituation in diesem bereich sind das hier für diejenigen von ihnen die solche sachen auch mit auf dem schirm haben zur vollständigkeit das ganze hier also als vorbereitung und ich würde sagen dann gehen wir doch gleich mal direkt rein in die charts für heute wir haben hier noch wir haben gleich offen den us dollar mexikanischer peso da gehen wir gleich rein bleiben wir hier dabei in diesem tageschart sie sehen hier ja wieder mal ein muster ein handelsmuster was ich sehr sehr gern auch trader was wir in den charts immer wieder sehen darum dreht sich übrigens auch mein vortrag heute abend beim beim vtad in berlin also wer lust hat und in berlin ist gerne noch anmelden auf der website von vtad in berlin finden sie alle wichtigen informationen dazu aber hier zurück zum chart wir sehen hier einen wirklich sehr sehr schön laufenden aufwärts trend mit einem starken schub nach oben sie sehen dass hier eins kurze pause zwei richtig krach dahinter das tief der bewegung ja hier unten da steht 19,30515 also hier schiebt den markt runter die korrektur die kann ohne weiteres noch bis hier runter laufen kann ja ohne den aufwärts trend kaputt zu machen heißt an dieser stelle läuft weiter schön im kanal aber und das ist jetzt das coole an der geschichte der markt hat uns gestern schon mal gezeigt schau doch mal her lieber trader es könnte unter umständen sein dass die nachfrage umkehrt und wir jetzt nach oben laufen und dieses korrekturmuster nach oben durchbrechen wenn dem so ist dann haben wir hier auf der oberseite ein paar interessante tageshochs liegen dann können wir hier oben wenn sich dieser trend fortsetzt mit auf alle fälle mal dem anlaufen dieser 20 46 986 rechnen das heißt die tageshochs die wir hier liegen haben das ist zum einen mal die warten sie mal das muss ich jetzt mal nehmen ich bin ich komme mit dieser mit dieser kleinen schrift und der roten farbe dahinter immer relativ schwierig klar deshalb mache ich es mal so also 19,96 in diesem bereich hier oben dann haben wir das nächste bei 20,13769 hier das nächste tageshoch haben wir um die 20,22354 und dann gibt es hier kurz vorm peak da oben noch bei 20,33 was haben wir hier oben jetzt bin ich verrutscht da haben wir es 20,34450 das sind die punkte die hier oben hin liegen wo wir den markt wirklich schön nach oben hin mit rein nehmen können nach unten wie schon gesagt die korrektur kann sich noch etwas weiter aussehen aber wir haben gestern das erste mal ein signal bekommen dass es höher gehen konnte und sie wissen das ich gucke mir da gerne die untergeordneten zeiteinheiten an und was wir hier sehen ist sehr sehr schön ich mag das was wir hier sehen wir sammeln uns sozusagen gerade hier unter diesem wichtigen punkt wenn wir uns mal diese hochs hier nehmen ich nehme mal ganz kurz diesen kanal hier raus und dann verbinden wir einfach mal also für das für das reine trend betrachten spielen natürlich immer ganz normal die wichtigsten punkte eine eine rolle und zwar sind dass die hier in diesem fall die korrekturs das heißt da muss der markt auf alle fälle drüber um das ganze weg zu wuppen das heißt hier haben wir schön die abwärts trendlinie ich muss ihn jetzt nur noch mal richtig ziehen hier von oben von diesem hoch wenn man das mal nimmt und diese diese tiefpunkte hier verbindet wer das macht der sieht halt schon der der markt ist jetzt schon drüber raus gegangen wir haben den abwärtstrend noch nicht beendet aber das ist schon mal ein sehr sehr schönes und interessantes zeichen hier an dieser stelle dass der markt hier drüber will und nicht gleich wieder abfällt ne und hier wäre dann der anlaufpunkt für diejenigen von ihnen die auf nummer sicher gehen wollen die warten einfach bis dieser trend hier tatsächlich auch komplett rausgenommen ist diejenigen die schon eher angehen die sagen sich okay wir sind zwar noch im kanal aber wenn wir das ganze hier sehen es ist ja schon gebrochen was das ganze hier angeht der trend ist valide da kann man jetzt diverse strategien auch traden und das ganze hier anpacken je nachdem wie es zum eigenen risikomanagement entsprechend auch passt und wie schon gesagt die punkte auf der oberseite die liegen ja jetzt fest Sven Walden auch dir einen schönen guten morgen von meiner seite ja das also zum us dollar mexikanischer peso dann gehen wir nochmal in die nächste währung bleiben wir gleich mal mit dem us dollar hier verbunden und schau mal auf den us dollar jen auch eine sehr sehr wichtige währung in unserem weltweiten währungssystem hier an dieser stelle und was sehen wir wir sehen ja einen wunderbar aufwärts laufenden markt hier an dieser stelle schauen wir sind hier schön nach oben gelaufen dieser untergeordnete abwärtstrand ist auch nach oben gegangen und gestern gestern war es so dass wir diese kerze hier ja diese kerze hier das ist eine sogenannte umhüllungskerze envelope candle wer die chat muss das sich ein bisschen anschaut das sind so kerzen wo wir halt ähm tage haben da sind wir deutlich über das vortages hochgegangen und kamen dann zurück wir sind deutlich unter das vortages tief gegangen und kamen auch zurück so das ist genau das was wir hier gestern gesehen haben nun ist diese kerze sehr sehr lang von ihrem ausmaß aber dieses hin und her und dieses treffen sich irgendwo im bereich der ja der mitte also dass man auch von oben und von unten deutliche rückgänge hat das zeigt so ein bisschen ein wenig die unentschlossenheit der händler aber man kann am kerzenkörper von gestern auch schon erkennen die unentschlossenheit löst sich wahrscheinlich weil wir hier weiter in der bewegung nach oben sind in wohlgevollen nach oben auf das heißt hier sind wir jetzt an der situation dass dieser schub nach oben durchaus weiter laufen kann wenn der markt hier nach oben läuft was er ja momentan auch tut er muss sich halt entscheiden wichtig ist halt dass er hier oben drüber geht dass wir wirklich die entscheidung haben okay wir werden da oben nicht wieder schwächer der markt verkauft dort oben ab sondern läuft drüber wer das ganze tradet interessanterweise wir haben ja hier sozusagen jetzt die bewegung gestartet rein in diesem über aus diesem übergeordneten aufwärtstrend hier hin zu diesem hoch hier bei 14 bei 114 5 4 9 in diesem bereich da haben wir noch ein paar anlaufpunkte auf alle fälle na klar erst einmal das tageshoch von gestern da müssen wir ja sowieso drüber das licht bei 113 8 1 7 aber dann kommen hier drüben die 113 9 3 3 und die 114 0 94 hier diese tageshochs die wir liegen haben das sind punkte da kann der markt kurzfristig auch einfach mal ran und drüber laufen wenn er weiter läuft dann steht natürlich hier oben dem ganzen nichts im wege schauen wir uns das in der woche an wir sind halt in der woche hier oben in diesem widerstandsbereich wenn wir hier oben dran laufen bei 114 5 4 wenn das gewuppt wird dann haben wir hier drüben schauen sie hier haben wir die nächsten anlaufpunkte in diesem bereich ich ziehe mal ganz kurz hier ein widerstandslevel rein hier oben das ist die marke die wir dann haben und das ist der bereich so ungefähr wo haben wir es ich lege es mal rein hier das haben wir wo so ungefähr 115 6 in diesem bereich da können wir dann hinlaufen wenn der markt drüber wuppt also wir sehen auch hier einiges an potenzial an dieser stelle auch da die oder dass wir hier im markt schön traden können wenn wir sehen der markt läuft hoch und wenn wir das ganze aus dem kleinen mit traden wollen dann gucken wir einfach auch erst einmal wieder in die stunde hier war das gezappelt das gerangel von gestern und wir sehen wie schön die stunde jetzt hier wirklich auch nach oben läuft und den markt hoch bringt jetzt gab es hier mal so ein bisschen korrektur hier oben setzt sich die stunde fort und wie schon gesagt hier oben an diesem bereich das ist der peak da müssen wir drüber und das sind die sachen die wir hier sehr sehr schön sehen und wo auch bewegung in den markt entsprechend auf alle fälle auch mit reinkommt an diesem schönen währungspaar an dieser stelle ich sehe gerade facebook tickt hier immer mal ein bisschen ich kriege allerdings nicht alle kommentare auch angezeigt ich hoffe ich vergesse nichts keinen chat hier zu posten von der seite her hoffe ich dass die technik heute hier uns nicht vollends an der nase rum führt sondern ich nachher ich gucke nachher nochmal in den chat rein dass ich das ganze auflösen kann und dieses gezucker vielleicht mir auch aktuelle einträge mit gibt gut schauen wir mal ins nächste währungspaar was wir hier haben und zwar ist das der britische fund kann dollar den nehme ich auch gleich mal wieder im tageschart mit hier rein musste ich nur raussuchen britischer fund kanadischer dollar ah ich sehe gut ich bin auch fein ludger ganz ganz lieben dank ich sehe gerade jetzt sind die nachrichten wieder so wie sie sein sollen das heißt ich bin hier auch online mit realtime daten auf facebook verbunden das ist immer gut zu wissen ich will ja nicht dass ich eine frage von ihnen übersehe so was haben wir jetzt hier im währungspaar britischer fund kann dollar wo wir gerade bei diesem chart sehen das ist jetzt der stereo trader und diese grauen linien hier drin das sind so runde marken die auch angezeigt wird das kann man hier im trading tool bei chart kann man das ausblenden da klickt man einfach auf rm und schon sind diese linien weg also wer diese runden marken nicht braucht weil im trading spielen die oft eine rolle aber nicht immer eine rolle bei indizes ist das ganz ganz wichtig da sind runde marken ja auch immer psychologisch wichtige marken als anlaufpunkte die als unterstützung oder widerstände gelten können und aus diesem grund hat der dirkirker hier das thema im stereo trader auch mit aufgenommen weil das einfach eine visuelle hilfe ist und alles was uns als trader hilft erfolgreicher zu sein ist ja wichtig und damit sollten wir entsprechend auch mit arbeiten also hier an dieser stelle britischer fund kann dollar im tageschart so wer jetzt hier auf diesen chart einfach mal drauf guckt der kann sich einfach ganz ganz entspannt zurücklehnen und sagen juhu wir haben hier eine wunderbare trading range punkt das ist das erste so übergeordnet naja wir haben nicht richtig fleisch nicht richtig fisch der markt kann hier schön nach oben laufen der markt kann aber wieder nach unten laufen das bringt uns jetzt als händler in die situation zu sagen also entweder wir machen ein range trading als strategie das mal heißt man tradet von oben nach unten und von unten nach oben und das am besten von den extremseiten eine idee zweite idee wenn der markt und sagt auch nö keine lust nach unten zu laufen dann machen wir halt den range ausbruch nach oben das zeigt uns der chart jetzt hier an an dieser stelle und da kommt wichtige bedeutung hier auf diesen bereich hier um die 1 72 849 das ist das hoch hier dieser letzten bewegung gewesen gestern sind wir wieder in den bereich reingelaufen und intraday schon mal wieder runtergelaufen heute ja gut der tag der fängt erst an london kommt erst rein da kann die tagesbewegung auch noch losgehen aktuell ist hier einfach lange weile ich mache mal ganz kurz auch noch diese anzeigen raus was die bit und ask spannen angeht so dann haben wir auch platz im chart das brauchen wir jetzt hier an dieser stelle nicht um den chart zu besprechen hier sehen wir halt jetzt ist aktuell verharren aber wenn wir hier wieder diese abprall dynamik reinbekommen nach unten hin dann wird diese kerze ziemlich schnell nach unten laufen und dann haben wir hier erst mal zumindest kurzfristige anlaufpunkte nach unten hin und das sind hier die tagestief bei 1 70 7 7 0 und hier unten diese beiden sind sehr nah beieinander über den darum grob bei 1 69 7 6 4 hier in diesem bereich das sind mal anlaufpunkte wo man kurzfristig zur unterseite hingehen können der markt der kann ja jetzt an dieser stelle hier einfach einen kurzen rücksetzer machen und dann irgendwann wieder rumdrehen um den anlauf nach oben zu nehmen das ist die eine geschichte der markt kann aber allerdings auch einfach das machen dass er nach unten läuft von der stelle her und den bereich das muss ich erst entscheiden das ist hier an dieser stelle wichtig dass wir da warten was der markt entsprechend macht und uns dann hier entsprechend auch mit anpassen und da können sie sich auch wieder ich weiß das ist langweilig weil ich immer dasselbe mache ich kann dazu aber sagen trading ist langweilig auch wenn das am anfang immer noch so ein emotionales geschehen ist aber ja wenn sie es lang genug machen und sie genau wissen auf was sie zu achten haben dann ist das routine routine gleich langeweile immer das gleiche zu tun es ist auf den ersten blick für den außenstehenden langweilig börsenhandel ist nicht langweilig aber es ist einfach schön wenn man diese routine hat und damit seine geschäfte entsprechend auch machen kann deswegen gucken wir jetzt wieder in die untergeordnete zeiteinheit und schauen einfach nur mal ganz kurz was wir in der stunde sehen wollen um einen abpraller zu sehen wir sehen jetzt hier schön diese aufwärts dynamik die lässt jetzt hier oben an diesem niveau nach und der markt naja er tingelt so ganz normal hin und her wenn wir jetzt allerdings hier in den in der stunde die ersten tendenzen sind runter zu laufen wir haben ja hier unten an dieser stelle hier dieses tief wenn wir das unterschreiten ja dann ist ja der der schub nach oben rausgenommen wir sind ja hier oben naja wir sind nahezu auf dem gleichen level geblieben wir hatten hier bei dieser kerze wo die maus jetzt steht das war die kerze von 7.11.17 Uhr die hatte ihr hoch bei 1.72.563 so und hier drüben das hoch an dieser kerze war bei 1.72.562 also 5.62 hinten und 5.63 ja na klar es ist ein deutlich höher aber aber nicht wirklich das heißt es ist schon dann die dynamik da dass der markt hier dann uns ein zeigt er geht eher nach unten das heißt wir haben dann hier an dieser stelle sozusagen hoppala das wollte ich nicht haben wir haben dann hier an dieser stelle sozusagen hier erste abwärts dynamik nach unten gesehen so hier sind wir oben ran gelaufen an dieser stelle noch einmal und und haben ja hier nicht wirklich deutlich hoch gekauft und wenn wir jetzt sehen dass wir unten drunter laufen dann haben wir was wir haben dann einen abwärtstrend so und dieser abwärtstrend der wäre dann erst einmal zumindest kurzfristig ein zeichen dass der markt nach unten gehen möchte das heißt das ist das was wir hier sehen gut hier sehen wir jetzt an der stelle nix das kann ich jetzt auch rausnehmen das ist das was man dann hier sehen wir würden dann sozusagen unter dieses tagestief drunter laufen und hier etwas dynamik nach unten sehen und das das kann man schön traden beispielsweise anlaufpunkt wenn wir tatsächlich unter das tagestief von gestern drunter laufen dann wäre hier anlaufpunkt nächstes tagestief und das kann man dann beispielsweise auch sehr schön wer sich hier trends zur hilfe nehmen möchte über die trends in den fünf minuten beispielsweise auch sehen da sehen wir dann wirklich auch die abwärts dynamiken die wir haben hier oben sehen wir schön den hochlauf dann gab es ja auch diesen bruch nochmal den hochlauf jetzt laufen die fünf minuten auch schon wieder runter vorsicht aber wir haben in der stunde noch keinen abwärtstrend aber wenn wir unter das tagestief drunter laufen und die fünf minuten sich hier weiter nach unten gehen das wäre natürlich kurzfristig schön dafür geeignet um aus sinne der laufenden bewegungen nach unten den ein oder anderen schnipsel an bewegung mit herauszuziehen so jetzt schaue ich noch mal ganz kurz rein in die fragen im chat da gibt es heute nichts an dieser stelle dann möchte ich mich ganz ganz herzlich bedanken für die aufmerksamkeit morgen ist freitag da gibt es im normalfall immer so ein bisschen edukativen part aber jetzt aber also ich habe jetzt für morgen kein deutlich stark edukatives thema ausgearbeitet einfach aus dem grund ähm wir sind hier in deutschland und wir haben in deutschland nicht überall die beste internetverbindung und es wäre blöd wenn wir hier viel ausarbeiten und dann steht die internetverbindung morgen nicht so ich gehe mal ganz stark davon aus dass alles gut laufen wird aber wir machen morgen halt in diesem webinar morgen früh machen wir einfach mal einen weiteren check und dann ähm ich würde sagen wir plaudern morgen einfach mal so ein bisschen über das thema ähm money management warum möchte ich das tun ich hatte jetzt in den letzten tagen wieder mit ein paar händlern kontakt ähm die die haben naja wie soll ich sagen milde ausgedrückt kaufpanik und kaufpanik ist immer blöd weil wenn sie sich mal diese indizes hier angucken gucken wir uns mal beispielsweise den s&p 500 an die wollten gerne hier unten rein jetzt stehen wir hier das ist ein problem und diese probleme die können sie umgehen dann gibt es stellschrauben wie man einfach sowas wie man trotzdem dabei ist ähm und das kann man sehr sehr schön übers money management regeln und ähm das hat auch einen riesengroßen vorteil man ist nämlich nah am markt viele sagen sich nämlich uh hier unten na der markt da läuft der hier total tief runter long ach nee das können wir nicht machen weil es ist ja sehr sehr im besten falle haben sie ja den abwärtstrend erkannt was ja auch richtig ist ist ja auch gut und trotzdem sehen sie dann das und überlegen ach manch wie hätte man denn dabei sein können ja ich habe das früher auch nicht gepackt ich stand in solchen situationen in ich würde mal sagen 99 von 100 fällen stand ich an der seitenlinie und habe es einfach verpennt und habe mich geärgert mittlerweile weiß ich wie das geht äh wie man an solchen situationen auch reinkommt das kann man mit dem money management machen und noch ein bisschen nebenher da plaudern wir morgen einfach mal drüber wenn sie das interessiert wenn sie mögen einfach mal kurz einen hinweis geben hier auch im chat wenn das ein interessantes thema ist würde ich mich freuen und ähm ansonsten allen einen schönen erfolgreichen handelstag ähm ich bin heute nachmittag in berlin wenn der us-handel aufmacht sitze ich im hotel habe dort meine trading station aufgebaut und kann dort das traden dann machen ähm sofern die netzverbindung gut ist und dann habe ich heute abend schön den vortrag hier meister der muster wen das interessiert gerne wer in berlin ist einfach noch mit reinkommen ansonsten allen einen schönen tag wir hören uns dann morgen wieder äh zu den besprechen der aktuellen handelsideen wir lesen das ganze morgen auch hier schön wieder im blog von ticmel und ich hoffe mal dass morgen auch go to webinar wieder ganz normal funktioniert so dass wir auch all denjenigen von ihnen die entsprechend die aufzeichen heute leider anschauen müssen weil es live nicht ging wieder live dabei sein können also in diesem sinne einen schönen donnerstag machen sie es gut und heute ist fett tag schön aufpassen da kann viel bewegung reinkommen beim euro us dollar auf alle fälle und vielleicht auch bei den indenis also bis dahin allen eine gute zeit machen sie es gut ihr maxx